stark verdichten war aus und jetzt und jetzt hast du gleich die jägerin ja aber das ist auch bei der jägerin was sagt nie so irgendjemand finde ich hier auch in die richtung geht zum generator und hier drüben ist es die jägerin die kommt hierher wieso startet die immer zusammen weiß ich nicht da bin ich doch gar nicht mit dem spiel ich meine super leute super leute nicht die schon wieder ach ja die axtschwingerin da kommt die axt geflogen 123 risiko wo kommt die axt geflogen ey da bin ich so bitte was bitte was ich bin nicht neu ich habe ich schon mal gesagt ich habe mich so ok ich bin mal woanders ich kann alles tun wenn du in deinem Gras rum gammelst ich hätte schön dich hinterher lagen können wer kriegt da das bin ich ich weiß sie kommt zu mir nein sie guckt sie ist im umkreis von 16 meter um sie ja ich weiß sie steht dahinter sie kreist den 16 meter um dich herum das ist das schöne sie ist hin und jetzt ist sie weg sie randet zu dem generator den ich knallen lassen habe als Doray aufgehoben hat ja jetzt ist er bei Wemble ja und ich bin bei Doray was ist los? ich lache da ich das nicht total ernst hier wirklich gelacht du kannst du bist du nicht singen aber nicht lachen ich bin besser los los ich habe deinen generator fertig gemacht glückwunsch den du da hinten angefangen hast war ja direkt daneben ich beglückwünsche dir durch und dankeschön ein großes glück soll dir zuteil werden ich habe hier hinten bei dem ist wieder bei mir jetzt geht es zu euch es ist auf dem weg zu dir jetzt ist sie wieder bei bämbel ja die kommt mich nicht mehr lang sie kommt zu euch ihr macht ein generator zu dritt die erste axt habe ich noch gefallen die zwei die zweite fänglich nicht noch mal ja aber ich dummerweise muss ich sie hier weg locken laufen lassen ok danke sorry ich hoffe es hat funktioniert dass wir sie nicht mehr dass ich von euch abgelenkt war ich in den kerner die schien den kerner die schien den kerner macht hier die sie es auf erst mal nachzufüllen die für drauf also ich weiß nicht wo sie ist ich habe ja auch gerade keinen zum ja ich auch nicht mehr aber sie ist in richtung ich glaube nicht so glücklich gesehen habe sie ist bei mir nachkommen spielverderber wo ist er ist er bei euch bei mir ich glaube sie ist bei bälle ich glaube ich mal dass das jetzt kommt sie zu euch achte die kommt die kommt die kommt die kommt ich glaube sie ist beim ich habe Kannst du einen Bambler retten? Nein. Wolltest du was? King, kannst du Bambler? Also ich bin schon aus dem Keller raus. Aber ich bin nicht geheilt, also... Ich muss jetzt erst mal gucken, der geht zu Bambler. Bleibt liegen, bleibt liegen! Ich rette mich nur den ersten State und dann geht weiter zu Bambler. Nö, vergiss es. Geh weiter to the way danach. Lauf, 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 hol. Hol the way. Ja, genau deswegen. Such die Luca! Alles? Sie mit dich jagen, wa? Moment, nee. Krabbel, krabbel, krabb, krabb, krabb. Oh, sie habe ich gefunden. Entschuldigung. Macht nichts. Die Luca ist bei mir. Die Luca ist direkt neben mir. Die Luca ist direkt zu mir rüber gerannt. Warum? Mit lautem Kornfall. Ja, hängt auf. Ja klar, ist jetzt zu mir rüber gerannt. Was hat er einen Generator gemacht? Na, jetzt hat sie noch mal nackst auf mein Dienstgehirn geschüttelt. Hallo? Ich habe gedrückt. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt sind wir beide tot. Ich habe gerade noch versucht runterzukommen. Also, Camping geht gar nicht. Ja. 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 Ja.